Abgeschlossen! Soll ich auf den Baum? Oder unter den Truck? Beeil dich! Der Löwe kommt näher! Bear an Ranger Station. Was gibt's, Bear? Hier ist ein Loch im Zaun. Ein Löwe und ein Pavian werden bereits vermisst und es könnten noch mehr Tiere ausgebrochen sein. So große Misthaufen bedeuten, hier sind Elefanten in der Nähe. Wir müssen die Tiere beschützen. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Die Wildnis ist unberechenbar, also triff eine weise Entscheidung. Da ist der Pavian. Aber wie kommen wir darüber? Entweder wir versuchen zu schwimmen, klettern die Klippen hoch oder wir bauen ein Floß. Du entscheidest. Okay, wir schwimmen. Die Tiere zählen auf uns. Bringen wir ihn zurück nach Haus. In Sicherheit. In der Wildnis kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine Boa Constrictor. Entweder man nimmt den Kampf auf oder taucht unter und hofft, sie lässt los. Du musst dich entscheiden! Willst du mich umbringen? Ich hasse Schlamm. Ein ganzes Schlamm. Untertitelung des ZDF, 2020